. . . Eine. Die lässt sich nicht mal hier stören. 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 Ja, du lebst doch nicht, so lebt ihr gefährlich. Vielleicht kriegen sie den nicht. Der will immer noch abhauen. Der bockt sich immer noch hoch, das viele. Aber so langsam können sie nicht mehr. Jetzt fängt sie an, die Flügel abzuschneiden. Das kann nicht wahr sein, jetzt hat sie den Flügel ab. Jetzt kann er nicht mehr wegfliegen. Der wird regelrecht in Ordnungsstelle zerlegt. Die ist dabei hier, die versucht, die Eier abzulegen. Die ist dabei, die Flügel abzulegen. Die ist dabei, die Flügel abzulegen. Die ist dabei, die Flügel abzulegen. Die Flügel abzulegen. Die Flügel abzulegen. Die Flügel abzulegen. Ich weiß nicht wen. Die Flügel abzulegen. Die Flügel abzulegen. Ich versuche, dass sie so Legeröhre zickern. Das kann es doch nicht geben. Der will noch Vorwärtskabel in den Kopf. Das ist doch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.